Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe eine wirklich besondere Nachricht für euch, nämlich seit ungefähr 6 Monaten habe ich nicht einen einzigen Sale mehr gemacht und jetzt gibt es wieder alle von meinen Kursen für jeweils gerade mal 9,99€. Das heißt, diese gigantischen Kurse 16,5 Stunden oder hier 10 Stunden, 10,5 Stunden, 13 Stunden, 9 Stunden, 13 Stunden, dieser komplette Kurs für einmalig gerade mal 9,99€. Alle Links sind in der Videobeschreibung drin, aber Achtung, dieser Sale geht nur für die nächsten 3 Tage bis zum Ende des Monats und dann ist der Sale wieder weg. Und ich werde definitiv über die nächsten Monate keine weiteren Sales mehr machen. Das heißt, das ist jetzt wirklich die einmalige Chance, euch in diese Kurse für 9,99€ pro Kurs einzuschreiben. Ihr habt da keine laufenden Kosten, keine versteckten Kosten, keine Upsells, keine Abozahlung. Wirklich ein einziges Mal 9,99€ pro Kurs. Dazu gehört zum Beispiel der Etsy-Meisterkurs, der 16,5 Stunden lange Affiliate-Marketing-Meisterkurs, der 10,5 Stunden lange Online-Kurse-Meisterkurs, Online-Business-Kurs, Self-Publishing-Kurs, der E-Commerce-Kurs, Amazon KDP, Low-Content, Etsy-Dropshipping, Geld verdient im Internet, Geld verdient mit TikTok und alle von meinen anderen Kursen. Auch der Freelancing-Kurs, Social-Media-Marketing-Agentur aufbauende T-Shirt-Business-Meisterkurs. Alle von meinen Marketing-Kursen, auch der selbst 41 Stunden lange digitale Marketing-Meisterkurs. Statt 109,99€ jetzt gerade mal 9,99€. Es kann in wenigen Fällen sein, dass der Kurs mal 10,99€ oder 11,99€ kostet. Das liegt daran, dass ich nur den minimalen Preis bei Udemy, dieser Plattform, wo ich die Kurse hier hoste, einstellen kann. Aber das ist jetzt wirklich der einzige Sale, die ich über die letzten 6 Monate gemacht habe. Es wird wahrscheinlich auch der einzige Sale sein, über die nächsten Monate, die ich machen werde. Wirklich eine One-Off-Situation. Das heißt, falls ihr jetzt euch nochmal die Kurse sichern wollt zu diesem günstigen Preis, dann schaut jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort sind alle Kurse verlinkt. Aber nochmal, der Sale geht wirklich nur 3 Tage und es gibt keine versteckten Kosten. Und das Schöne ist sogar auch, bei jedem von diesen Kursen habt ihr eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr geht absolut kein Risiko ein. Ihr könnt selbstverständlich auch von der Konkurrenz Kurse für 4.000 oder 5.000€ kaufen und habt dann vielleicht noch nicht mal ein Rückgaberecht hier für 9,99€ plus Rückgaberecht und keine versteckten Kosten. Alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung drin. Nächsten 3 Tage noch. Nutzt die Chance. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns dann in den Kursen wiedersehen können.